JFT, just fair and direct. Es war ja ordentlich Action quasi in allen Märkten. Gold ist fast auf Allzeit hochgegangen. Schlussendlich hat es der Gold-Pleist nicht ganz geschafft. Die Indizes schwankten wieder etwas volatiler, was zum einen zu Beginn der Handelswoche Long-Chancen ermöglichte, dann eben zur Mitte der Handelswoche sehr schön die Short-Seite hier eben ermöglichte, eben dort einen wunderbaren Trade zu generieren. Wir haben das in den Livestreams und eben auch zusätzlich in den Live-Trading-Roomen sehr, sehr schön besprechen können diese Handelswoche und konnten die Trades zum einen auf der Aufwärtsseite, aber eben auch auf der Abwärtsseite gerade im Dow Jones sehr, sehr schön beobachten. DAX hatten wir dann ja auch auf der Short-Seite, also eine meiner besten Handelswochen dieses Jahr, die vergangene Handelswoche gewesen und nun mal schauen, wie es in der kommenden Handelswoche weitergeht. Zumindest gibt es wieder Wirtschaftskennzahlen, die Volatilität ist nach oben gegangen, die Märkte sind ein wenig zurückgekommen, also mal schauen, wir sind so an wirklich scharptechnisch wichtigen Marken und werden uns in den nächsten Minuten das Ganze natürlich für die genannten Märkte mal anschauen. Bevor wir das tun, wie gewohnt an der Stelle erstmal ganz kurz der Risikohinweis. Lest euch diesen bitte durch, achtet bitte grundsätzlich darauf, dass ihr natürlich mit Stops arbeitet, dass ihr die Positionsgröße entsprechend an euer Konto anpasst, dass ihr all das, was ich hier sage, an Setups, Formuliere und gegebenenfalls vortrade, definitiv nicht als Handelsempfehlung wertet, sondern lediglich als kleine Informationsquelle zusätzlich zu eurem eigenen Trading, zu euren eigenen Analysen und wenn wir weitere Fragen zum Trading oder natürlich zum Broker, habt ihr dann wie gewohnt auf der Website von jfdbank.com, hier könnt ihr noch diverse Fragen zum Trading oder natürlich auch zum Broker beantwortet bekommen. Und dann switchen wir erstmal auf die Newsseite und der eine oder andere wird sich jetzt hier gegebenenfalls wundern, warum ich zum einen heute gar nicht live bin, sondern das Ganze jetzt gerade als Video ja hochgeladen wird, ich jetzt natürlich jetzt gerade aufnehme, aber später als Video hochlade und dass ich gegebenenfalls hier optisch auch etwas ein wenig anders habe, denn ich bin ja unterwegs bekanntermaßen und habe somit nur meinen Laptop vor mir und versuche jetzt hier gerade alles nur mit einem Bildschirm quasi zu ermöglichen. Wir blicken auf die Trading-Woche-Analyse und bedanke mich natürlich nach wie vor auch für diese vielen guten Daumen nach oben. Würde mich natürlich auch zusätzlich freuen, wenn wir wieder hier für diese Analyse ein paar Daumen nach oben zusammenbekommen würden und natürlich auch wie gewohnt unterhalb des Videos unter dem Punkt Showmore oder mehr Anzeigen, wie gewohnt auch die Märkte, über die ich spreche, dahinter werden dann Zeitangaben hingeschrieben, dann könnt ihr da raufklicken und dann eben gegebenenfalls euch nur die Euro-Solar-Analyse oder nur die Gold-Analyse anhören, wie ihr auch immer das Ganze dann schlussendlich machen wollt. Blicken wir auf erstmal eine Headline für die kommende Handelsbruchquartalszahlen, könnten die Aktienkurse stärken, doch Experten haben Zweifel. Für mich sind ja solche Headlines immer gar nicht, ich werte diese ja gar nicht, wenn dort steht, Aktienmärkte könnten gestärkt werden oder eben auch nicht. Vielmehr steht ja quasi in dieser Headline auch nicht drin. Viel wichtiger ist es, dass die Konjunkturdaten, die da in der kommenden Handelswoche rauskommen, schon die Märkte bewegen können, dass aufgrund der Zahlen schon durchaus auch erneute Volatilität in die Märkte kommen kann. Wir haben eben auch noch eine Fett-Zinsentscheidung. Also wir haben noch so einiges, was uns da in der kommenden Handelswoche erwartet, auch vom Programm von JFD. Schaut da gerne auf den Webinare und Eventkalender auf der Website jfdbank.com unter dem Punkt Research und Webinare und Events findet ihr diesen. Ich werde dort Montag im Livestream und natürlich im Live-Trading auch nochmal darauf eingehen und dort darauf hinweisen, dass wir zum einen zum Beispiel auch mit dieser Fett-Zinsentscheidung dann ein Live-Webinar haben, zusammen mit Andreas Bernstein werden wir dort auf diese Fett-Zinsentscheidung schauen, schauen, was könnte man eventuell da an Trades generieren, was könnte man gegebenenfalls machen zu dieser Fett-Zinsentscheidung neben den Live-Trading-Räumen, neben den klassischen Livestreams auf YouTube wird das zum Beispiel auch nochmal ein Webinar sein und ich glaube kommende Handelswoche haben wir dann auch am Donnerstag wieder das Metatrader 4, Metatrader 5 Add-On-Webinar, wo wir dann eben uns klassisch mit der Software beschäftigen, also komplettes, volles Programm in der kommenden Handelswoche und wenn wir dann eben auch auf den Wirtschaftszahlenkalender für die kommende Handelswoche schauen, da könnt ihr nach rechts blicken oder eben auch links jetzt hier auf der Seite finanzen.net findet ihr so einiges, was uns da erwartet, zum einen am Montag zum Beispiel Auftragseingebe, Eingänge langlebiger Güter, nicht-militärische Investitionsgüter, alles um 14.30 Uhr herauskommend, dann um 20 Uhr am Mittwoch, Dienstag kommt nichts, am Mittwoch dann die Fett-Zinsentscheidung und um 20.30 Uhr die FOMC-Pressekonferenz, 14.30 Uhr am Donnerstag, Bruttoinlandsprodukt annualisiert und dann am Freitag aus der EU. Einiges an Zahlen, ich habe es links zusammen, nee rechts zusammengefasst, links seht ihr das Ganze etwas einzeln aufgeschlüsselt, alles um 11.00 Uhr kommen, Bruttoinlandsprodukt, Verbraucherpreisindex, kommt dort dann am Freitag um 11.00 Uhr. Also das sind natürlich alles Zahlen, bis auf die Fett-Zinsentscheidung, da kann schon ein bisschen mehr passieren, auch zu der FOMC-Pressekonferenz, deswegen haben wir ja da auch direkt ein Webinar draufgesetzt. Ansonsten sind es natürlich Zahlen, die jetzt nicht so kriegsentscheidend sind, dass sie in der Regel die Märkte extremst direkt auf die Zahlen bewegen, dennoch ist in der kommenden Handelswoche das spannend, wie gesagt, die Headlines zeigen das auch, teilweise auch auf den US-amerikanischen Websites, wird da jetzt schon darauf hingewiesen und zu den entsprechenden Tagen wird da garantiert dann auch noch die eine oder andere Headline etwas mehr diese ganze Sache beleuchten. Blicken wir dann ganz kurz auf den Fear & Greed Index, der ist nach wie vor, trotz der Abgaben, die wir dort jetzt am Donnerstag, vorrangig Donnerstag und Freitag gesehen haben, startete ja schon Mittwoch quasi die Abwärtsbewegung, sind wir trotzdem noch verhältnismäßig stark. Ich hätte jetzt gedacht, dass wir fast schon wieder in Richtung der 50 tendieren, denn wir wissen ja, dass wir in dem Bereich 50 in den letzten Wochen doch des Öfteren waren, dann vorher kamen wir aus dem Bereich Extreme Fear, also fast auf Null waren wir ja, sind in Richtung 50 gelaufen, sind dann einige Wochen wirklich immer nur um die 50 gependelt und sind dann jetzt eben in den letzten Wochen wieder so über die 50 gegangen, waren dann auch schon Richtung 70 unterwegs und dann ist es ja eben so, auch wenn die Märkte abgeben, dass eigentlich auch dieser Fear & Greed Index, also dieses Sentiment, ein wenig wieder gen Süden laufen sollte. Ich hätte es im Bereich um die Marke 55 bis 50 sogar in der Tat eingeschätzt, ist allerdings noch bei 63. Ein kleines Mini-Puzzleteil, was etwas für die Aufwärtsseite für mich spricht, für die kommende Handelswoche, solange wir in diesem 63, 65er, 60er Bereich bleiben, ist das zumindest so ein kleines Puzzleteil, wo ich sage, okay, die Märkte könnten zumindest aufgrund nur dieses Indizes, Indexes hier quasi leichte Aufwärtstendenzen sehen. Aber viel wichtiger neben diesen kleinen Puzzleteilen, die man sich zurecht legt, ist es natürlich grundsätzlich die Sharp-Technik, die mich hier persönlich auch immer interessiert, auf die ich vorrangig schaue, auf die wir immer vorrangig schauen, um eben auch zu schauen, wo sind sharp-technisch wichtige Bereiche, sind wir eigentlich grundsätzlich im Aufwärtstrend, vielleicht nur konsolidierend unterwegs gewesen, Donnerstag und Freitag, oder sind hier sharp-technisch wichtige Bereiche schon gebrochen, wo man sagt, okay, Mensch, jetzt müssen wir mal so ein bisschen aufpassen. Es könnte ja durchaus sein, dass nach wie vor die Corona-Problematik, die ohne Frage da ist, die Problematik in USA, China, die mal wieder ein wenig aufkommen, ist gut, schon wieder ein wenig mehr aufkommen, auch das Brodeln in Europa, was vielleicht an dem einen oder anderen vorbeigegangen ist, Griechenland, Türkei, war ja zwischenzeitlich diese Handelswoche auch mal etwas spannend, auch wenn wir da großartig gar nicht drauf eingegangen sind, aber es gibt so ein paar Herde, die so ein wenig wieder auflodern gerade und auch das zum Beispiel ja auch ein Grund fundamentaler Natur, warum die Märkte in der vergangenen Handelswoche tendenziell eher so ein bisschen abgegeben haben, wobei man hier ja sagen muss, dass sie schlussendlich gar nicht so stark abgegeben haben, denn wir sind ja zum Beginn der Handelswoche stark gewesen und kamen dann ja nur, in Anführungsstrichen, ein klein wenig zurück. Also blicken wir erstmal auf die sharp-technische Situation und damit muss ich hier nochmal ganz kurz mein kleines Fenster, das seht ihr natürlich jetzt, aber ich muss das hier rüber packen, so und mache jetzt mal den Livestream und klicke das Bildchen jetzt hier mal runter. Und wir blicken erstmal startend ganz kurz auf den S&P. Warum? Weil wir uns einfach in den letzten Wochen auch immer des S&Ps gewidmet haben. Der S&P ist ja einer der größten US-amerikanischen Indizes, auch der Markt, der eigentlich am saubersten läuft. Nichtsdestotrotz ist es für uns persönlich ja hier immer in den Live-Trading-Räumen der Dow Jones, den wir handeln, weil er einfach eben für mich persönlich auch besser und einfacher handelbar ist. Die ATR und die Schwankung ist interessanter für mich persönlich zum Handeln, aber für die Analyse war es in den letzten Wochen so, dass wir ganz gerne auf diesen S&P geschaut haben. Und wenn wir uns jetzt hier die vergangene Handelswoche vielleicht nochmal ganz kurz Revue passieren lassen, was haben wir hier gemacht, beziehungsweise was war der kernmäßige Gedanke, da waren wir ja zu Beginn der Handelswoche erstmal ganz klar long tendierend, haben auch im Dow Jones und im DAX quasi einen Long Trade aufgebaut, hatten hier eben lokalisiert. Mensch, im S&P ist es der 200er Bereich, 3200er Bereich, der hier richtungsentscheidend sein sollte, der da zu Beginn der Handelswoche erstmal getestet wurde. Dann lief der Markt wunderbar zu neuen Corona-Hochs. Also wir hatten erstmal Montag und Dienstag einen sehr, sehr schönen weiter laufenden Long-Tag. Dann kam der Mittwoch. Der Mittwoch war dann erstmal gestartet mit leichter Schwäche. Dann kam eben wieder so ein bisschen leichte Erholung rein. Und wie man ja hier charttechnisch sehr, sehr sauber sieht, sind wir dann eben schlussendlich am Donnerstag und am Freitag sehr, sehr schön abwärts tendierend wieder gewesen. Aber mehr oder weniger nicht ganz in den Ausgangsbereich. Wir sind so ganz knapp drunter. Oder nee, eigentlich sind wir im S&P. Jetzt muss ich erstmal selbst kurz schauen. Wir sind doch ganz knapp drunter. Wir haben quasi den Schlusskursbereich vorletzte Handelswoche Freitag hier in dieser Area gehabt. Und wir sehen, dass wir dann jetzt hier in den negativen Bereich abgedriftet sind. Also wir sind so ganz leicht, haben wir eine rote Handelswoche gehabt, aber nicht so nennenswert, wie vielleicht der ein oder andere denkt. Aufgrund der Donnerstags- und Freitagsbewegungen sind wir eigentlich auf Wochenbasis nur ganz leicht im negativen Bereich herausgegangen. So, jetzt stellt sich die Frage seitens der US-Märkte, wir schauen natürlich auch gleich dann nach dem DAX auf den Dow Jones, aber jetzt stellt sich die Frage natürlich seitens der US-Märkte, was sind denn jetzt richtungsentscheidende Bereiche für diese aktuell eigentlich immer noch laufende Aufwärtsbewegung und Aufwärtstendenz. Wenn ich das vielleicht nochmal kurz einzeichnen darf, haben wir immer noch hier einen Aufwärtsschwung. Und wenn wir uns in diesem Aufwärtsschwung dann mal der Abwärtsbewegungen, die sich da so ergaben, widmen, dann hatten wir hier mal eine Abwärtskerze, dann hatten wir hier mal eine Abwärtskerze, dann hatten wir hier mal eine Abwärtskerze. Hier auch. Ja, und jetzt hier aktuell eben diese Abwärtsbewegung. So, und jetzt können wir uns das Ganze aber mal aus der Vergangenheit anschauen. Das gab es in ähnlichen Ausprägungen auch schon in dieser Aufwärtsbewegung und selbst wenn es das noch nicht gäbe, wären wir nach wie vor hier erstmal sauber weiter aufwärts tendierend unterwegs. Und wenn wir uns die Schwünge jetzt hier mal anschauen, ist es zwar sehr, sehr schleppend, das muss ich zugeben, aber wenn jetzt hier solch eine Abwärtsbewegung kommt, als Beispiel in diesen 200er Bereich rein, und das ist auch für mich der wichtige Bereich für die kommende Handelswoche erstmal, beziehungsweise haben wir sogar noch ein Stück weit tiefer, im Bereich so um die Marke 65 bis 70, das ist so, oder 75 bis 75 ist das in etwa, also diese ganze Region, wo wir hier mehrfach immer wieder gegengelaufen sind, Moment, das sollte jetzt ein Viereck werden, diese Region, wo wir immer wieder gegengelaufen sind, das ist eigentlich so ein übergeordnetes Kernunterstützungsniveau für das ganz große schartechnische Bild. Wir haben uns natürlich für die täglichen Analysen immer der kleineren Bilder gewidmet, und somit waren wir eben auch sehr, sehr schön im SMP analysiert, analysiert, dann eben am Mittwoch schon gestartet, beziehungsweise dann am Donnerstag weiter ausgeführt, waren wir dann eben schlussendlich hier oben short gegangen, konnten das mit 600 Punkten im Dow Jones dann auch im Profit umwandeln, im DAX waren es nicht ganz so viele Punkte, aber auch dort konnten wir einen sehr, sehr schönen Short-Trade dann zum Ende der Handelswoche hier kreieren, und das war aber aufgrund des kleineren Bildes, wo wir gesagt haben, okay, jetzt ist so eine Konsolidierung im Aufwärtstrend definitiv denkbar und möglich. Diese Konsolidierung sollte eigentlich idealerweise so langsam ihr Ende finden. Wir haben nach unten noch ein bisschen Puffer in den richtungsentscheidenden Bereich, aber so richtig stark sollte es eigentlich laut des Aufwärtsbildes, sollte es jetzt hier eigentlich gar nicht mehr gehen und wir sollten uns idealerweise spätestens da unten fangen, um dann hier wieder auf der Aufwärtsseite zu laufen. Somit wäre es jetzt hier auch erstmal rein vom SMP her, der Gedanke definitiv da und geht definitiv auch in meinen Augen erlaubt, dass wir uns erstmal wieder der Aufwärtsseite widmen, dass das wirklich nur eine Konsolidierung zum Ende der Handelswoche war und dass wir eben nicht so doch teils mit stärkerem Momentum auf der Abwärtsseite weglaufen, und das gilt ja jetzt nicht nur für den SMP, sondern wir schauen ja mal auf die US-Märkte, dass das dann eben schlussendlich auch für den DAX gilt, sodass wir so ein bisschen noch abwärts driften können und idealerweise aber eben nicht mehr unter die 70 laufen und da eben uns jetzt wieder erholen und gegebenenfalls auch wieder Long-Tage sehen. Sollte das in diesem Maße nicht passieren, haben wir hier auch nochmal so ein bisschen Unterstützung, also wir haben auf der Unterseite jetzt wirklich so einiges an Unterstützungsniveau, sollte allerdings der Druck, den wir aktuell in der vergangenen Handelswoche, Donnerstag und Freitag bekommen haben, sollte dieser weiter Bestand haben, da sind diese ganzen Unterstützungen gegebenenfalls nicht ganz so interessant für den Markt, wir sehen hier weiter Abgaben und dann könnte sich das auch eskalativerer Natur auf der Unterseite definitiv weiter zeigen. Wir merken uns jetzt aber erstmal für die Analyse jetzt hier gleich im Dow Jones und auch für die Analyse jetzt gleich dann erstmal im DAX, dass wir hier in den US-Märkten so einiges an Unterstützung immer wieder bekommen, was schlussendlich für mich bedeutet, selbst wenn wir abgeben, wenn wir Abwärtstendenzen sehen, die eben auch teils vielleicht mit ein wenig Momentum stattfinden, dass ich aufgrund dieser ganz starken Unterstützungsniveaus auf übergeordneten Zeitebenen, dass ich nicht davon ausgehe, dass hier die nächsten Abwärtsbewegungen, wenn sie denn da kommen, dass diese in einem Rutsch stattfinden, also dass die wirklich Tieftag, Tieftag, Tieftag kaum Erholung kommt, sondern dass wir wenn dann immer so im Zickzackmuster mit doch auch merklichen Erholungsphasen zwischendurch immer wieder nach unten wandern, was einfach auch bedeutet, dass ich mir dann auch hin und wieder, wenn wir etwas eskalativerer Natur auf der Unterseite unterwegs sind, dass wir uns dann auch immer wieder schon mal die Aufwärtsseite gönnen mit dem Gedanken, dass wir wenigstens anfangen etwas uns zu erholen und idealerweise die Aufwärtsseite sich dann auch weiter zeigt. Und mit dem Gedanken gehen wir jetzt erstmal auf den DAX, schauen uns erstmal grundsätzlich das Ganze im DAX an. Wo stehen wir im DAX? Wir haben ein paar wichtige schartechnische Bereiche, die uns ebenfalls im DAX erreichen und wenn wir uns jetzt erstmal diesen Gedanken zu Randen nehmen, den wir uns jetzt gerade hier im S&P besprochen haben, sind wir natürlich grundsätzlich, wenn wir uns das große Bild anschauen, das große Bild nach der Corona-Pandemie, sind wir erstmal grundsätzlich weiter long tendieren. Wir hatten immer wieder auch etwas schärfere Rücksetzer in dieser Aufwärtsbewegung und somit ist das jetzt erstmal, was wir jetzt hier in der vergangenen Handelswoche gesehen haben, erstmal nur eine ganz normale Bewegung. Also hier darf man wirklich nichts überspitzen, weil ich weiß, ich bekam auch schon wieder die eine oder andere Nachricht jetzt hier am Wochenende aufgrund der Abgaben am Donnerstag und Freitag, dass jetzt eben darauf gehofft wird, dass die Abgaben sich noch ein wenig weiter zeigen, weil der eine oder andere hier doch noch so leicht in Schieflage steht und einfach in den letzten Wochen nicht daran geglaubt hat, dass der Markt so sauber weiter aufwärts laufen kann und somit hier noch so ein paar Abwärtstrades hat, die da noch trotz der Abgaben so ganz schön doll im Minus stehen. Und ich würde jetzt aber grundsätzlich mal sagen, wir haben quasi drei wichtige Unterstützungsbereiche. Wenn wir uns das erstmal anschauen, haben wir hier einen Hochpunkt gehabt, Moment, das sollte jetzt ein Pfeil werden, haben wir hier im Bereich um die Marke Pi mal Daumen so 850 bis 800, das war ja auch der Bereich, den wir uns jetzt hier immer wieder als Kernunterstützung für die Woche auch zurechtgelegt haben und schlussendlich sind wir in dem richtungsentscheidenden Bereich der Woche quasi mit dem Schlusskurs auch hier gelandet, 800, diese Zone, das ist natürlich ein Unterstützungsniveau aufgrund dieser Hoch-Area, dieser Hoch-Area, dann kommt der nächste schartechnisch wichtige Bereich, da haben wir ja auch schon aus der Vergangenheit ein Unterstützungsniveau, das ist dann schlussendlich der Bereich um die Marke 600 und dann kommt aus unserer Vergangenheit der nächste extrem schartechnisch wichtige Bereich und das ist ja dann auch wie im SMP, wo wir quasi auf der Unterseite immer wieder ganz markante Unterstützungsniveaus bekommen. Wir erinnern uns an die Seitwärts-Range, die wir eben unter anderem auch in meinem Urlaub hatten, oder beziehungsweise auch teilweise schon vorher, wo wir uns mit der oberen Grenze 450 immer wieder beschäftigt haben. Das war dieser Bereich hier, der dann eben auch von der Oberseite hier getestet wurde, um dann eben den nächsten Schwung auf der Aufwärtsseite zu bekommen und dieser sehr, sehr wichtige schartechnische Bereich steht natürlich auch als nächstes Unterstützungsniveau im Raum. Was für mich einfach jetzt bedeutet, dass wir natürlich erstmal, und da schauen wir auch gleich drauf, ab wann ich mich da vielleicht der Aufwärtsseite widme oder wie wir uns der Aufwärtsseite jetzt widmen könnten, aber natürlich erstmal auch grundsätzlich es denkbar wäre, dass wir die Abwärtsseite weiter sehen, in die genannten Unterstützungsniveaus rein. Das sind so die nächsten Bereiche, die auch als nächste Zielbereiche für die Abwärtsseite gelten. Aber, und das ist eigentlich für die Abwärtsseite sehr, sehr ungewöhnlich, um mir das eben für die kommende Handelswoche zu erlauben, vergleichen wir das mal mit dieser Abwärtsbewegung. Wenn wir uns das Ganze anschauen, ist die sehr, sehr sauber vonstatten gegangen, teilweise wirklich mit sauberen Momentumbewegungen, Momentumbewegungen, wo sich ein Long definitiv nicht gelohnt hätte. Ich würde vorsichtig behaupten wollen, dass die Bewegung, wenn sie da auf der Abwärtsseite kommt, nicht in diesem Ausmaße stattfindet, wie sie hier zum Beispiel stattgefunden hat, Anfang, Mitte Juno, sondern dass wir gegebenenfalls die Abwärtsseite so ein bisschen schwächelnder sehen, dann kommt mal wieder ein neues Tief, dann geht der doch wieder hoch, dann bauen wir vielleicht mal ein bisschen mehr aus, kommen wieder hoch, bauen das Tief wieder aus, kommen gleich wieder hoch. Wir laufen gegebenenfalls zwar abwärts, aber sehr, sehr schwächelnd und somit könnte es sich gegebenenfalls lohnen, wir werden das natürlich täglich besprechen, ob das immer noch so ist, ob ich das immer noch so sehe, aber aktuell würde ich es mir definitiv in meinen Plan schreiben, dass wir eben zum Beispiel, wenn wir Tiefs rausholen, dass dann gegebenenfalls auf der Unterseite vielleicht auch mit einem Volumenspike einhergeht, und dann natürlich auf den Trigger warten, also hier nicht blind draufspringen, aber dass man sich dann auch immer mal wieder, wenn da Tiefs rausgeholt werden und der Markt anfängt sofort zu drehen, dass man sich die Antizykl, in dem Fall ja für die konsolidierende Phase, antizyklische Long-Seite, auch bei Tiefs definitiv mal schnappen könnte, mit dem Gedanken, dass wir gegebenenfalls übergeordnet die große Long-Richtung wieder aufnehmen. Und das war ja vergangene Handelswoche auch am Montag schon der Fall, wo wir so leicht konsolidierend in den 800er-Bereich kamen, um dann, und das war ja genau auch das, was dann eben das Setup ermöglichte, dass wir leichte Abgaben sehen, dann fast den Tiefbereich erwischt haben aus der 800, um dann eben die Long-Seite zu handeln. Und ähnlich, wenn wir überhaupt abgeben, ähnlich würde ich mir das in der kommenden Handelswoche erstmal grundsätzlich erlauben, in den genannten Unterstützungsniveaus dann hier auch gegebenenfalls mal auf die Long-Seite zu setzen. Ähnliches gilt allerdings auch direkt jetzt mit dem Schlusskursbereich um die Marke 800, 811 ist die Unterstützung. Auch hier gilt es, da wir in so einem markanten Unterstützungsniveau sind und vergangene Handelswoche dieser Bereich ja erstmal in der Trading-Woche der Richtungsentscheidende Bereich war, dass wir hier auch direkt wieder drehen können. Also direkt ab Montag wieder Stärke bekommen. Allerdings muss ich jetzt eines sagen, auch hier vielleicht nochmal die Theorie auf der Abwärtsseite eingezeichnet. Wir sind ja jetzt quasi vergangene Handelswoche so Montag, Donnerstag und Freitag so ein bisschen abwärts tendierend und wir sind jetzt direkt hier mit dem Schlusskurs auch annähernd an diesem Bewegungstief. Nun ist es so, dass ich erstmal dieses Donnerstag und Freitag gezeigte Abwärtsbild, dass ich diesem erstmal grundsätzlich weiter glauben würde, somit leichte Erholungen immer weiter erstmal von der Abwärtsseite aus betrachten wollen würde und erst wenn wir gewiss, ein gewisses Maß an Erholung überschreiten, erst dann würde ich mich dann hier der eventuell wieder einsetzenden Aufwärtsbewegung meine Fokussierung widmen. Was da bedeutet, ich warte jetzt natürlich erstmal so ein bisschen ab, was macht der hier unten? Jetzt müssen wir nochmal gleich auf kleinerer Zeitebene schauen, was der für mich dann erstmal aus kurzfristiger Sicht richtungsentscheidende Bereich sozusagen ist. Also diese Area hier, die schon ein Stück weit oberhalb des Schlusskurses liegt, aber nicht so nennenswert weit weg. Dafür gehen wir auf den 30-Minuten-Chart und schauen das Ganze mal an. Der ein oder andere wird es sich jetzt hier schon fast denken können, auch wer sich jetzt hier mit den Bewegungen der vergangenen Handelswoche beschäftigt hat, auch mit unseren Analysen und mit unseren Blickwinkeln, hatten wir quasi zwei Bereiche lokalisiert, die wir uns am Freitag auch schon zurechtgesucht hatten. Wir hatten hier gesagt, dass der Bereich um die Marke Pi mal Daumen 850, das ist diese Area hier, dass der Markt idealerweise darüber kommen sollte, um sich dann wieder mit der Aufwärtsseite zu beschäftigen. Das passierte hier nicht nennenswert, ergab eine kleine Chance, die allerdings nicht nennenswert für mich zumindest wenn es in Gewinne umgemünzt werden konnte und dann brach der Markt wieder unter den wichtigen Bereich weg und wir bauten einen nächsten Bereich nochmals wichtig aus und zwar der Eröffnungskurs 8 Uhr, der jetzt hier dann exakt getestet wurde und der Markt von dort aus wieder wegdriftet. Jetzt kann man entscheiden und ich werde mich dort auch in Abhängigkeit des Eröffnungskurses am Montag werde ich mich hier entscheiden, was dort mein richtungsentscheidender Bereich ist. Das hängt so ein bisschen davon ab, ob wir nochmals erstmal tiefer laufen, auch in der Nachtsession vielleicht erstmal die Tiefs nochmal rausholen oder ob wir direkt ein bisschen stärker sind, dass ich mir am Montag einen dieser beiden Bereiche nehme, der da für mich richtungsentscheidend ist und ich dann eben darunter sage, okay, solange wir darunter bleiben, ist die Abwärtsseite, die wir übergeordnet gerade analysiert haben, erstmal weiter interessant, gegebenenfalls auch hier und erst wenn wir dann darüber kommen und ich möchte mich jetzt am Wochenende noch nicht da exakt festlegen, das liegt so ein bisschen dann auch an dem Eröffnungskurs, dass ich dann entweder ab hier oder ab hier mich dann eben wieder mit der Aufwärtsseite beschäftige, natürlich dann mit den nächsten Zielen, dass wir wieder an den Bereich 100 laufen können und wenn wir darüber kommen, dann wird es dann noch ein bisschen klarer, dass wir uns hier dann gegebenenfalls wieder der Aufwärtsseite widmen und es eben auch gegebenenfalls weiter nach oben gehen kann. Was spricht grundsätzlich für die Aufwärtsseite, das sind nach wie vor die Zentralbanken, und wir haben die FED-Zinsentscheidung. Ich denke nicht, dass Jerome Powell hier nennenswert gegen weitere Stimuli sprechen wird und dass es hier eben seitens der Zentralbanken beziehungsweise der FED hier eben auch weiter positive Stimmung gestreut wird, wenn man es mal so nennen möchte, dass eben natürlich auf der anderen Seite nach wie vor die Pandemie-Probleme in den USA auf der einen Seite auf der Agenda stehen, China-USA-Probleme natürlich auch da sind, aber es ist nach wie vor Euphorie da, das hatten wir mit dem vielen Greed-Index, es ist nach wie vor Geld da seitens der Zentralbanken und somit ist es natürlich nach wie vor immer auch wieder möglich, dass die Aufwärtsseite weiter aufgenommen wird und dass wir dann eben auch weiter in S&P und Dow Jones in Richtung der Allzeithochs laufen und hier eben schlussendlich wirklich natürlich auch die Chance auf der Aufwärtsseite weiter haben, auch wenn wir dann Donnerstag und Freitag so ein bisschen angeknackst sind. So, das sind die Gedanken zum DAX, jetzt fliegen wir ein bisschen schneller durch die anderen Märkte durch. Haben wir auf der einen Seite natürlich den Dow Jones, wir hatten uns ja gerade den S&P angeschaut, wenn wir uns das Ganze vielleicht hier nochmal anschauen, auch auf übergeordneter Zeitebene haben wir einen sehr, sehr wichtigen charttechnischen Bereich im Dow Jones, der jetzt erstmal kernmäßig unterstützend wirken sollte im ganz übergeordneten Bild. Ihr erinnert euch vielleicht daran, dass wir hier mal mit so einer sich zusammenziehenden Schwankungsamplitude gearbeitet hatten, das war einmal hier, dann konnte man das noch so ein bisschen erweitern hier und was aber aus diesen Situationen, die sich dort im Dow Jones dann zeigte, wichtig war es, dass man in diesem Bereich hier so eine Mitte hat. Also diese Mitte, die eben bezüglich des Point of Controls, Volumen Profiles, dann eben auch als Peak-Punkt oder Peak-Bereich quasi gewertet werden kann und dieser Bereich ist erstmal übergeordnet der richtungsentscheidende Bereich. Bedeutet natürlich auch grundsätzlich im Dow Jones, dass wir hier auch durchaus nochmal so einen Donnerstags, Freitagstag bekommen können, in diesem charttechnisch wichtigen Bereich. übergeordnet sollte diese Area aber unterstützend wirken und grundsätzlich übergeordnet der richtungsentscheidende Bereich sein, oberhalb dessen eben auch immer wieder schnell die Aufwärtsseite interessant werden sollte. Erst wenn wir da runterkommen, dann könnten, sollten die Alarmglocken ein wenig lauter erhellen, denn da kann es dann durchaus sein, dass wir dann auch wieder so ein bisschen Druck auf der Abwärtsseite bekommen, doch auch der ein oder andere größere Handelstag auf der Abwärtsseite eintreten kann. Ja, charttechnisch wäre das definitiv darunter nichts Ungewöhnliches und darüber sind wir erstmal übergeordnet, würde ich jetzt vorsichtig behaupten wollen und auch mit den Unterstützungen im S&P und im DAX, würde das alles, das geht ja meistens alles so ein bisschen so übereinander laufend, miteinander einher, das ist ja immer so ein bisschen deckungsgleich, so kann man es ausdrücken zwischen den ganzen Indizes, somit ist es ähnlich im Dow Jones und logischerweise ähnlich, dass es es mir auch hier erlauben wollen würde, allerdings mit einer Nuance mehr Vorsicht, weil wir ja gemerkt haben, dass eben gerade auch dann eben die Bewegung am Freitag und eben schlussendlich die Bewegung am Donnerstag auch teilweise zu Druck auf der Abwärtsseite führten, wir konnten hier 600 Punkte mitnehmen, haben hier auch fast den hohen Tiefpunkt erwischt aus dieser Bewegung und diese doch teils überlaufenden Tiefs, die leichte Übertreibung des Dow Joneses, sollte hier die Vorsicht ein wenig größer werden lassen bezüglich dieser Kaufgedanken, dass man hier sagt, okay Dow Jones, wenn Schwäche kommt, so wie im DAX, wenn da Schwäche aufkommt, dass man diese dann eben gegebenenfalls auch relativ aggressiv kaufen könnte, da wäre ich im Dow Jones ein bisschen vorsichtig, aber ich würde es mir grundsätzlich nicht verbieten, dennoch, wie gesagt, ich möchte das dann eben detailliert gerne in den Live-Trading-Räumen oder in den Live-Streams besprechen, wenn man so ein bisschen da unten kommen sollte, oberhalb dieser Area, Pi mal Daumen 26 bis in etwa so der 25.700er Bereich, das ist so diese große Unterstützungs-Area, sollten wir darüber immer wieder auch die Chance haben, dass wir uns schnell auch mal wieder erholen können und gerade wenn wir dann die Verzinsentscheidung haben, mal schauen, was diese bringt und was danach so die Denkweisen des Marktes sind und wo wir da eben schartechnisch vor allem dann eben in etwa klemmen. Grundsätzlich dann natürlich denke ich, wir haben zwar hier oben so einen Doppeltop ausgebaut, aber dass wir diesen Bereich natürlich dann nach oben durchstoßen, die Aufwärtsseite weiter aufbauen, naja, dann haben wir irgendwann die Corona-Hochs, die vorletzte Handelswoche ausgebaut worden sind und dann geht es eben irgendwann dann auch hier gegebenenfalls in Richtung der Allzeithochs weiter und wenn wir unter den orangischen Bereich kommen, dann könnte wirklich durchaus dieses übergeordnete Aufwärtsbild wirklich arg angekratzt sein, wenn man sich jetzt hier vielleicht auch nochmal dieser Trendlinie, die sich hier so in etwa Pi mal Daumen zeichnen lässt, übergeordneter Natur, die kommt hier unten auch so ein wenig ins Wanken, ja, könnte man auch noch so als ein kleines Puzzleteil werten, wobei ich die Trendlinien ja immer eher dann eher geringer Gewichte als wirklich Unterstützungsniveaus oder ähnliches schlussendlich im Chart. Also im Dow Jones ein bisschen vorsichtiger, Abgaben auch für Käufe gegebenenfalls denkbar, wir haben einen richtungsentscheidenden Bereich, übergeordneter Natur, der noch ein Stück weit weg ist und ich würde mich auch hier eben vorrangig, wenn es die Vorzeichen zeigen, auch schnell wieder der Aufwärtsseite widmen und kann durchaus sein, dass ich hier am Montag und Dienstag in den US-Märkten erstmal ein wenig vorsichtiger bin und wir müssen uns das Ganze dann logischerweise ad hoc nochmals etwas detaillierter anschauen. So, starten wir im Euro-US-Dollar vielleicht erstmal mit diesem Blick hier und wir wissen ja und das hatte ich ja dann in den letzten zwei Wochen schon wieder ein wenig mehr aufgenommen in die Denkweisen und wir hatten das so ein wenig zurückgenommen in dieser Seitwärts-Range, wo wir dann quasi schlussendlich im Euro-US-Dollar ja hier in dieser Region wirklich eher hin- und herpendelnd waren. Wir haben uns der Gedanken, der Handelsgedanken etwas entledigt, hatten gesagt, okay, wir sind hier eher zusammenlaufend, wir haben wenig Schwankungen, wir haben dann hier schlussendlich dann auch wieder so eine sich zusammenziehende Schwankungsamplitude im Euro-US-Dollar gehabt und waren ja grundsätzlich erstmal etwas vorsichtig, aber wir haben immer wieder auf die Long-Seite gewartet. Und nun kam und kommt die Long-Seite, wir hatten uns dann eben auch der Long-Gedanken gewidmet, wir hatten uns das im britischen Fund angeschaut und was kommt? Es kommt die Long-Seite ganz sauber, schartig, sehr, sehr schön sauber in die nächsten Widerstandszonen, so kam es zumindest aktuell erstmal im Euro-US-Dollar. Nach wie vor für diejenigen, die eben immer einen Trendfilter benötigen, die sich so ein bisschen schwer tun vielleicht aufgrund der reinen Schartechnik hier schlussendlich den Trend zu lokalisieren, den sei nach wie vor vielleicht so ein wenig ans Herz gelegt, sich hier mal mit dem Heiken Aschischar zu beschäftigen, Erklärungen dazu gerne in den Live-Trading-Räumen kommende Handelswoche, wer da Fragen hat, aber solange das Ding grün bleibt, ist es natürlich nach wie vor die Aufwärtsseite, die hier interessant ist und es ist natürlich nach wie vor nicht auszuschließen, auch aufgrund der Problematiken in den USA. Mal schauen, für Zinsentscheidung ist auch immer Euro-S-Dollar eine Geschichte für den Euro-S-Dollar, aber eben durchaus denkbar, dass wir uns hier eben mit der Aufwärtsseite weiter beschäftigen. Sollte dieser rot werden, würde ich nicht sofort auf die Short-Seite switchen, sondern erst mal mit der Long-Seite vorsichtig sein und ich möchte hier auch nach wie vor und das war in den letzten Wochen und Monaten quasi so nicht shorten, sondern wenn, dann kaufen, solange die Vorzeichen grün sind und wenn die Vorzeichen eventuell rot sind, dann einfach pausieren und wieder warten, dass es wieder grün wird, um dann wieder zu kaufen und erst, wenn wir wirklich markant die Bilder sich ändern und markant heißt nicht, dass es denn so aussieht wie hier, dass wir so ein bisschen uns zusammenziehen, sondern dass wir eben wirklich eine markante Sequenz fallender, hochsfallender, tiefs anfangen auszubauen. Erst mal kann das ohne Zweifel wieder zurück in den Bereich um die Marke 1,14, 1,14,30 gehen. Ja, das ist dieser alte Hochpunkt und das Bild wäre ja grundsätzlich übergeordnet immer noch weiter aufwärts tendieren. Also selbst wenn wir hier rot werden sollten, was ja ohne Zweifel denkbar ist, wenn wir mal in leichte Konsolidierung kommen, wäre das noch nicht sofort, wo ich sage, okay, jetzt schorten, Euro-Estler bricht wieder zusammen. Nein, dann eben eher die Aufwärtsseite erst mal sein lassen, warten, dass es wieder grün wird und erst, wenn wir da runterkommen, aktuell, das wäre nur aktuell die Sichtweise, dann wäre es vielleicht mal möglich, dass wir so ein bisschen zurückkommen, aber bevor das passiert, muss noch einiges passieren und ich denke, dass das in der kommenden Handelswoche nicht dazu kommt, dass wir irgendwie in diese Bereiche kommen, sondern das erstmal auch fundamental gesehen ist durchaus denkbar, dass wir diese Aufwärtsseite grundsätzlich weiter behalten. jetzt gehen wir auf den klassischen Tagesschart, da sieht das schon auch sehr, sehr überzogen aus, habe jetzt hier auch nochmal so ein bisschen geschaut in der Vergangenheit und da muss man ein bisschen ans Jahr 2018 zurückblicken, denn wir sind mittlerweile schon oberhalb der Hochs 2019 und ich erinnere mich vor allem an einen Bereich und da hatten wir sogar schon hier bei JFD die Livestreams auf YouTube, ich glaube in den Live-Trading-Room hatten wir da noch nicht, weil da starteten wir gerade so im Februar, März 2018 und da waren wir im Euro-S-Dollar und ich hatte das grün, ich ziehe das mal noch ein Stück größer hier, da waren wir hier oben in dieser Bewegung, jetzt muss ich nochmal kurz schauen, ziehe ich mir das mal hier drüben hin, da waren wir in dieser Bewegung hier oben drin, ja, in dieser Seitwärts-Range und wir hatten ja auch hier dann so eine Art sich zusammenziehende Schwankungsamplitude und wir hatten dann relativ sauber und innerhalb einer sehr, sehr schnellen Bewegung, ich meine es waren natürlich ein paar Wochen, trotzdem hatten wir hier diese Abwärtsbewegung bis in den Bereich um die Marke Pima Daumen 1,1530 rein, somit war dieser 1,1530er Bereich ja auch jetzt hier kürzlich ein wichtiger Bereich, auch in der vergangenen Handelswoche war das ein charttechnisch wichtiger Bereich und dann ging es ja hier so ein bisschen seitwärts tendieren. Aus dieser Seitwärts-Tendenz, die wir dann gefolgt von dieser Abwärtsbewegung hatten, ergaben sich, oder ergeben sich, nicht ergaben, sondern ergeben sich jetzt auch für die kommende Handelswoche zwei charttechnisch wichtige Bereiche, zum einen diese Area hier und dann zum zweiten diese Area. Daher kommen auch diese Widerstände und Unterstützungen beziehungsweise auch nochmal zusätzlich aus der weiter entfernteren Vergangenheit, aber diese zwei Linien sollten gegebenenfalls erstmal für die kommende Handelswoche wichtig sein, dass wir eben natürlich weiter in Norden laufen können, 17,30 hier der nächste Bereich und 18,20 wäre dann sogar hier der nächste Bereich und sollte das Momentum weiter fortsetzen, was ja natürlich in so einer Momentumbewegung nie unmöglich ist, auch wenn wir dann irgendwann mal eine Konsolidierung bekommen sollten und ja schon vergangene Handelswoche immer mal so ein bisschen darauf geschielt haben, Mensch, ab wann könnte denn da der Markt abgeben, hatten das zum Beispiel auch in den Edelmetallen Gold und Silber, wo wir gesagt haben, die werden mal konsolidieren, die Frage ist wann und ich hatte so ein bisschen gezeigt, wie man spekulativ eben auf so einen Konsolidierungszug aufspringen könnte, ja, auf diese konsolidierenden Gedanken, aber erstmal wären hier die nächsten Ziele für diejenigen, die kaufen wollen, die genannten Bereiche und darüber wird es dann wirklich spannend, denn es ist in der Regel so, wenn man eben einen charttechnisch wichtigen Bereich hat, das ist ja das, was wir auch uns immer wieder anschauen, der in der Vergangenheit schnell abgearbeitet worden ist und nun schaut mal, was ab dem Bereich 18, was haben wir hier so, nee, ab dem Bereich 1,19, der dann hier oben kommt, das ist dann natürlich noch der nächste Bereich, aber das ist eigentlich schon diese Area, was hier in dieser Area, dieser, in dieser Zone hier, was hier in der Vergangenheit passierte, da bewegte sich der Markt sehr, sehr schnell, von oben, erstmal von unten nach oben und dann wiederum von oben nach unten und somit ist es natürlich auch zukünftig denkbar, ich gehe mal davon aus, dass das nicht in einem Zuge jetzt stattfindet, sondern dass wir vorher schon nochmal konsolidieren, aber hier oben, da ist Spielraum und auch Spielraum für starke Momentumbewegungen und das eben auch auf der Aufwärtsseite und von daher sollte man mit der Abwärtsseite in meinen Augen wirklich arg vorsichtig sein, denn eben die in Anführungsstrichen Gefahren und ich bin derjenige, der zuerst auf das Risiko schaut und dann auf die Chance, klar, das gibt auch immer Chance dort oben, aber eben auf der Longseite und es ist ein arges Risiko hier aggressiv reinzuschorten, vielleicht auch, wenn man eben dort noch aggressiver ist ohne Stops und sowas alles, ja, also hier erstmal arg vorsichtig sein und wer nach wie vor dann eben doch sich eben auch hier, wie gesagt, nicht mit dem Trend so richtig beschäftigen kann und eben nicht so richtig die Möglichkeiten hat für sich den Trend zu lokalisieren, der soll sich mit diesem Heiken Aschischart beschäftigen und wenn wir hier grün sind, weiter kaufen und wenn wir hier dann anfangen mal rot zu werden, dann wie gesagt, ich persönlich kaufe dann einfach nicht und warte erstmal so ein bisschen ab, wo wir hinlaufen, wo es sich dann erneut vielleicht lohnen könnte zu kaufen beziehungsweise dass ich dann eben, wenn es wieder grün wird, dann einfach wieder kaufe. Die Shortseite möchte ich nicht beleuchten, weil sie für mich nicht interessant ist, ich weiß, der eine oder andere möchte hier gerne auch mal auf eine Konsolidierung setzen, aber ich persönlich würde mich, wenn dann, nach wie vor eher mit der Aufwärtsseite beschäftigen. Genauso wie eben auch schlussendlich im Gold und da will ich nochmals dieses Video und diese Gedanken der vergangenen Handelswoche aufgreifen, denn wir hatten ja hier darüber gesprochen, dass eben Gold und Silber konsolidieren wird. Das war eines meiner Headlines von einem Devisenradar und wir hatten allerdings in diesem Video dann eben besprochen, dass wir natürlich nach wie vor erstmal scharptechnisch aufwärts tendierend sind und erst wenn sich hier im Markt Situationen ergeben, die eventuell auf eine Konsolidierung hinweisen, erst dann solle man gegebenenfalls darauf setzen und dieses darauf setzen, weil es eben eventuell einen Trigger auf der Abwärtsseite gibt, das gab es mit Abstand nicht und wir haben die Allzeithochs nun in Dollar gerechnet in der vergangenen Handelswoche im Gold nicht ganz erreichen können. Wir hatten das eben besprochen und wir hatten auch schon die Frage besprochen, was käme gegebenenfalls nach den Allzeithochs und das hier, das sind die Allzeithochs im Gold. Hier bis dahin war der Goldpreis 2011 schon mal gelaufen, hatte dann ab diesem Bereich dann eben eine Abwärtstendenz aufgebaut und dort waren wir schon mal, auch wenn es jetzt hier fast 10 Jahre her ist, aber bis dahin gab es schon mal Kurse in Gold, in Dollar, wohlgemerkt, in Dollar, in Euro sind wir ja schon lange auf Allzeithochniveau. So, und jetzt haben wir diesen Bereich kurz vor der Tür und der ist natürlich realistisch, klar, ohne Frage, da brauchen wir nicht drüber reden, wir sind kurz davor, wir stehen irgendwie 9 Dollar davor, das sind Bewegungen, die passieren mal schnell am halben Tag aktuell, also, dass wir dort hinlaufen, eben durchaus denkbar, durchaus realistisch und vor allen Dingen ist es der Bereich, der dann wirklich interessant wird, es kann durchaus sein, dass direkt das Erreichen, dieser Allzeithochs, erstmal zu neuer Eskalation auf der Aufwärtsseite führt und es ist allerdings auch denkbar und somit richtet sich der Blick stark auf diese Allzeithochs aktuell, dass wir eben hier natürlich ranlaufen und vielleicht erstmal konsolidieren und genau das ist es, was wir besprochen haben beziehungsweise, dass ich eben auch gesagt habe, es kann natürlich auch sein, dass wir vorher konsolidieren, so jetzt kommen wir erstmal auf den Tagesschart und ich hatte dann gesagt, Mensch, man kann hier auch mal die Zeiteinheiten ein wenig nach unten gehen und erst im Stundenschart hätte es gegebenenfalls einen Trigger auf der Shortseite gegeben, wenn man sich trendfolgend den Heiken Aschi Chart nimmst, selbst im Vierstundenschart gab es hier noch nicht annähernd irgendwie eine rote Kerze und somit ist es natürlich zum einen der Daily Heiken Aschi, den man sich hier als Trendtrigger nehmen kann, aber eben auch schlussendlich natürlich der Vierstundenschart und ich weiß und deswegen gehe ich da so ein bisschen drauf ein, nicht weil ich jetzt möchte, dass ich jetzt den Goldpreis shorte, sondern weil ich einfach sehr, sehr viele immer Anfragen bekomme und einfach den, man es nicht glaubt, dass das so stark laufen kann, ja, warum läuft so ein Markt so stark, ja, der muss doch mal zurückkommen, der ist doch so überhitzt und ich möchte einfach nur, wenn dann eben eine Auf-, eine Herangehensweise hier erklären und immer wieder erläutern, die einem ermöglicht, eben nicht permanent gegen das Momentum zu gehen, sondern dass man wenigstens abwartet, dass es den einen oder anderen Trigger gibt, was schlussendlich selbst auf kleineren Zeitebenen, also wenn man hier auf Halbstundenchart oder auf Stundenbasis unterwegs ist, dann gab es zwar mal zwei Signale, die hier eventuell darauf hingewiesen hätten, zwischendurch irgendwo, ja, dass es hier vielleicht mal abwärts geht, das war es dann aber auch, dann hat man zwei Fehltrades, ja, aber ich weiß, dass eben in solch Aufwärtsbewegungen die Trader immer gerne immer wieder short, short, short und man sich dann natürlich hier nur die Finger verbrennt und keiner denkt an die Longseite, aber der Markt läuft halt aufwärts und somit ist es natürlich weiter, die Aufwärtsseite, die interessant wird, erreichen der Allzeithochs und natürlich auch erreichen als nächstes zum Beispiel den Bereich um die Marke 1931, das ist so der nächste Widerstandsbereich, der jetzt hier dann grundsätzlich angelaufen werden kann, so ein bisschen berechnet anhand von wichtigen Widerständen und Unterstützungen aus der Vergangenheit. Gehen wir hier hin, schauen uns das Ganze an und wie gesagt, der 0,9er Bereich ist so der nächste Widerstandsbereich und dann zeichne ich mal jetzt hier so diese 33 ein, naja, ein Stück weit höher ist es, das wäre so der nächste Bereich, warum ich, wie ich darauf komme, das können wir jetzt gerne dann zukünftig nochmal besprechen, aber auf jeden Fall das erreichen, der Allzeithochs kann natürlich jederzeit auch zum Weiterlaufen führen und wenn man sich das Ganze übergeordnet charttechnisch anschaut, dann wäre selbst, ja, wenn wir uns diese aktuellen Bewegungen anschauen, dann haben wir hier so ein bisschen Konsolidierung, Aufwärtsbewegung, selbst ein Rücklauf hier in diese alten Unterstützungen wäre ja klassisch immer noch ganz klar aufwärts tendierend und von daher wäre ich hier so ein bisschen vorsichtig mit der Short-Seite, das Ganze einzugehen, mein Statement ist, die Long-Seite ist aktiv, auch wenn wir mal einen Tag negativ bekommen, ist sie weiterhin aktiv, man kann sich, wenn man möchte, kleinere Träger suchen, wir können das in den Streams gerne besprechen, wo man dann eben immer mal, wenn man das unbedingt muss, ja, weil es irgendwie einem so ein inneres Blumenpflücken ist, ich möchte unbedingt Shorten, dass ich euch dann wenigstens eine Herangehensweise gebe, die nicht permanent dazu führt, dass es Signale gibt, sondern wenn dann eben immer mal eins, zwei Signale, weil grundsätzlich ist es natürlich nicht verkehrt, wenn ein Markt stark läuft, wird der irgendwann konsolidieren, ohne Frage, hatten wir besprochen, und dass dann eben auch solche konsolidierende Bewegungen, wenn sie denn da mal eintreten, auch ein bisschen interessanter sein könnten bezüglich der Bewegungen, auch ohne Frage, aber wenn man vorher halt 20 Mal darauf gesetzt hat, dass es eventuell kommt und dann irgendwann das 21. Mal kommt dann die konsolidierende Bewegung, dann bringt die einem auch nichts, weil sie dann eben doch nicht so aggressiv ausfällt, um dann eben 20 Fehlversuche vorher weg irgendwie wettzumachen, hat man es allerdings nur zwei, dreimal versucht, mit kleinem Risiko und beim vierten oder fünften Mal kommt dann doch eben diese konsolidierende Bewegung, dann ist das schon interessant und von daher gibt es da natürlich Herangehensweisen, auch das zu handeln, Counter-Trend-Strategien, allerdings umso stärker das Momentum, umso gefährlicher ist das natürlich, weil man eben dann auch mal schnell ausgestopft wird. Also es ist nach wie vor die Aufwärtsseite, sollte sich das fundamentale Bild hier nicht nennenswert ändern, ist es auch eben auf jeden Fall möglich, dass es weitergeht, dass wir die Allzeithoos anlaufen und dass es natürlich auch grundsätzlich Richtung 2000 geht und das kann schnell gehen, aber auch hier der tägliche Blick immer wieder drauf. In diesem Sinne, ich wünsche euch erstmal Good Trades und Mega-Trading, ich freue mich, wenn wir uns morgen früh um 8.50 Uhr im Livestream DAX Long oder Short dann entsprechend wieder hören und dann natürlich eben auch in den Streams und Live-Trading-Räumen in der kommenden Handelswoche. Bis dahin, euch erstmal nur das Beste, euer Markus Klebe. Bye-bye und ciao! J.F.T. J.F.T. Just Fair and Direct J.F.T. 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 Untertitelung des ZDF, 2020